Herzlich willkommen zu meiner Steuerkarte nach dem Marsch. Wir werden heute starten mit Holz und ein paar Bäume für das Sägewerk. Aktuell ist da nichts mehr vorhanden, das heißt wir müssen mindestens 3-4 Ladungen hinbekommen per LKW. Und ein paar liegen zwar noch, aber halt nicht zu wenig. Wir haben noch einiges vor, kurz Bäume halten. Ein paar haben wir schon gepflanzt, vor ein paar Tagen. Die werden noch nicht gewachsen sein, aber sind halt da. Also wachsen, das dauert garantiert noch ein paar Jährchen. Ich wollte im nächsten Jahr auch noch welche Pflanzen. Aktuell sind es 200 Stück, wenn keiner eingeht. Weil der Sommer ein ungünstiger ist, normalerweise. Aber wie gesagt, packen wir mal ab. Es ist ja 200 Stück, im nächsten Jahr 200 Stück. Mal sehen, vielleicht pflanze ich die im Winter. Werden nicht zu viel Schnee liegt. Oder vielleicht im Herbst mal sehen. Oder im Frühjahr mal sehen. Da bin ich flexibel, da bin ich so tragisch. Das ist alles im grünen Bereich. Da wir ja genug Bäume auf der Karte haben. Nur ist halt so, dass die Bäume, die ich selber gepflanzt habe, halt schön groß werden. Ich glaube die Maschinen sind ein bisschen laut. Da geht gar nicht. Keine Ahnung, woher nicht. Das ist komisch. So. Auf die Länge passt noch. Aber die Länge ja nicht mehr erkennen können. Warum auch immer. Hier diese beiden Verkümmerten hier. Im besten Fall zum Zaunfahrgenügen. Oder Flöcke vom Bau. So. Ja. Für Säge wirkt ein bisschen zu nix. Und danach geht es nach Kubikmeter Holz. Das ist glaube ich egal. Aber verkaufen wird das nichts bringen. Entschuldigung. So. So. Samstagabend. Oder. Freemannmittag. Eigentlich wollte ich den neckten grüßeln. Aber irgendwie kommen wir nicht dazu. Aber egal. Versuchen wir mal besser auf zu pielen. So. 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 하지 a chance. Ich kann ja heute oder��lauer mucha baldieren. immer nur eine roche machen. da ist es nicht so dramatisch. Weil auf sieben folgen wollte ich nicht zurück bringen. wir sollten mal die Sache durchziehen, tja, aber wie gesagt, in der Spätschick ist immer ein bisschen Freitag, war ich hier schlagen. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist gut. Mein Motto, Urlaubsreich, ne? Weil er eben gerade irgendwo festgeklebt. Ich sehe gerade, dass man mal in der Leasingfahrzeug kostet 4.000 Euro plus. Naja, man muss überlegen, ob man irgendwann mal kaufen würde, ne? Aber... Oder das Feld kaufen. Feld 19. Und dann alles zum Mais reinbringen. Weil die Wiesnage kräftig Geld verdienen. Dann kann man sagen, okay, man kann sich einiges kaufen, ne? Aber bei mir geht es immer um die Produktion vorwärtszubringen. Hier. Zement, Kies. Halb viel Brücke halt, ne? Und diesel ist wichtig. Im nächsten Jahr müssen wir mehr... Und mehr Felder haben. Denn viel produzieren können wir noch nicht. Wir haben noch ein wenig. Das waren Felder haben. Wir werden zusammen einiges hinkommen. Portionstechnisch. Aber das ganze Jahr... Rest des Jahres ist das schwierig, ne? Na ja, C und X sind nicht zusammen. Wir schauen mal auf C. Na gut, ich glaube, fast zu finden, wo das Spiel rausgeht. Oder zum Feichern zum Beispiel. Wäre nicht so schön, ne? Obwohl die sind eigentlich... mehr vorgefragt eigentlich. Die Vorgaben sind auch nicht allzu lang mehr. Also ich versuche, die 18 Minuten einzuhalten. Aber jetzt auch noch 16 Minuten. Das hat Gründe für YouTube. Man kommt in der Statistik etwas höher. Und wenn man die Vorgaben nicht zu lang macht. Also die Zeit, die man jetzt geschaut hat, irgendwo gemessen. Und dann kommt man irgendwie in eine Empfehlungliste höher. Wenn man eine entsprechende, bessere Quote hat. Und so rechne ich damit, wenn ich jetzt die Zeit trotzdem voll ausreize, mit 18 Minuten ungefähr. Statt 23, dass man da ein bisschen besser hinkommt. Rechnerisch, ne? Klar, könnte man jetzt eine 5-Stunden-Folge machen und dann einmal die Woche veröffentlichen. Das wäre das Ergebnis auch gleiche. Also wenn man 14 Folgen A8 Minuten machen würde, ungefähr, Knit. Aber die Statistik ist da ein bisschen ... die rechnen anders, ne? Da zählen die Klicks, da zählen die Ausrufe, da zählen eigentlich die Zeiten, die geschaut werden, ne? Ich sehe zwar viele Aufrufe, aber ich kann nicht immer erkennen, bei den älteren Videos lange geschaut wurde. Ich sage mal so, je öfter man an Fohlen will von YouTube auf der Gartseite, umso höher ist die Chance, dass man neue Zuschauer gewinnt, ne? Und die Tags wird das eine Glutbegriffe eingeben, ja. Ja, ich habe 7% Zuschauer, die von Frankreich aus anklicken. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Laut. Statistik. Und 7% sind in Deutschland? Oder 14%? Aber der Rest ist nicht bekannt für mich. Ich freue mich den Angestellten, der sowas macht. Räume fällen, Sägewerk versorgen. Haben wir nicht. Im Januar überlege ich mir, ob ich da was Neues beginne. Mal Aufwand des Ls. Ey. Mal schauen. Muss ja auch zeitlich passen. Und dann würde ich hier allgemein ein bisschen kurzer treten und dafür andere Folgen machen. zur Zeit. Also vor Weihnachten wird auch nichts, weil 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 ich bin Weihnachtlich zu Hause weil ich bin Weihnachtlich zu Hause schneller machen schneller machen vorher fertig machen das bearbeiten und das kann ich parallel machen das ist kein Problem das geht am Freitag will ich zurück sein. und darf das so wie jetzt wo ich jetzt Prinzip hinterher hängen nicht passieren. Aber da haben wir noch 14 Tage Zeit oder ich mache vor die Turing-Card ein paar Folgen mehr aufnehmen irgendwo muss ich da eine Lösung sein das heißt nächstes Wochenende wenn man nächstes Wochenende hat es den Vorteil dass ich Frühstück hatte das heißt dass ich die Marsche am Freitag nach der Arbeit beginnt aufzunehmen das heißt reinrechnerisch das sind das ungefähr locker 6 Stunden die ich früher anfangen kann ne und selbst wenn ich ein Minderfach machen würde wenn ich abends dann doch dann fit kann dann locker meine 6 Stunden durchziehen also ich trage ihre Arbeit kommen morgen rauskochen wirklich Filet schworen das macht eigentlich die Herd alleine normalerweise aber ich muss halt ein paar Ziele vorschneigen und dann würzen und reinwerfen und dann ein bisschen ziehen lassen aber das muss gemacht werden ne das muss ich heute nicht einkaufen dadurch habe ich auch Zeit gespart das mache ich entweder Montag oder Dienstag nächste Woche Nachmittag nach der Arbeit Vorteil Frühschicht sag ich nur das ist in der Spätschicht äh gut dann müsste ich vormann noch einkaufen gehen im Winter geht's wenn es nicht so kalt ist wenn Frost ist ist es ungünstig wenn man da äh einkauft und alles geführt wenn Frost hat er ist bei starken Frost hat er und im Sommer wenn es so warm ist dann geht es aus Recht nicht weil dann auch wenn er 50 60 Grad sind bekommt er den Sachen so nicht so gut ne über die meisten ich weiß nicht also dann kann man das Obst gleiche Kopf kaufen aber vor der Arbeit einkaufen fahren ich persönlich mag es nicht wenn man es zu früh zur Arbeit oder man hat einfach zu viel Stress weil man dann spät dran ist und ich möchte da auch nicht wegen Einkaufung muss ich ganz krass machen hat man so genug Zeit so morgen ist der 8 das heißt äh ungünstig gefallen der Tag sonst wer feiert bis aber Sonntag sind so frei eigentlich schade das hat man nämlich genau ein langes wochenende gab wenn es im Winter gewesen wäre ist aber nicht aber dafür nächstes Jahr nächstes Jahr wird es aber Pizza sein im grünsten Tag glaube ich eher nicht also eigentlich zum Winter immer viel Arbeit haben die schöne Baum für meine einen am anderen so jetzt haben wir die Zeit mehr geschafft ich danke dass wir reinschauen ich danke allen abonnenten allen zuschauern die auch mal geliked haben wer noch ist kann auch gerne möglich werden äh ne quatsch wirklich nicht äh das mache ich so nicht äh mal Richtung 40 gehen auch schön auch Dank auch Dank dafür die auch die bisher abonnenten im grunde ohne Aufforderung ein alter fahrene Zuschauer bis zur nächsten folge wieder